Like a star, that shines the moon Also Schlager ist ja auch ein ganz breit gefächertes Genre. Das eine ist eher volkstümlich, das andere kann auch durchaus recht rockig sein. Stars und Newcomer mit ihren Songs. Das sind wir, Lieblingsschlager, die TV-Sendung, jeden Monat neu. Ich steh auf Bergbau. Lieblingsschlager, das Magazin hier auf deinem Kanal. Papio, flieg mit all meinen Schmalen davon. Hallihallo ihr Lieben, ich bin's, eure Melanie Bayer und ihr seht jetzt meine neue Lieblingssendung Lieblingsschlager. Schön, dass ihr mit dabei seid.